Das ist ein Dokumentarfilm über das Zimmer von Sandro und Christoph. Zuerst der Ghetto-Blaster, T-Shirt und USB-Stick an die Wand geklebt, Schrank zugeklebt, das Papiertütenmonster, eine Flasche und ein Kinder-Schoko-Bunk, die Lampe und Steckdose zugeklebt, die Hose an der Wand, die Flasche an der Decke, das Kabel am Sins und die Fernbedienung des Ghetto-Blasters über der Tür. Des Weiteren geht Dinko jetzt gerade kacken. Ich soll kurz warten. Das Duschgel an der Decke. Das Kissen auf dem Scheißhaus und der Pott zugeklebt. Oh, what the fuck? Frohstag! Frohstag! Frohstag, Alter! Frohstag! Oh, nee! Komm! Ich könnte das... Oh, nee! Ja! Scheißhauspapier! Und guck mal, das Tütenmonster mit Zunge! Ich kann das noch in meinem Ghetto-Pasche... Oh, nee! Jetzt zu rasch mal die Feinbedienung! Ja! Ich kann das nicht aussehen! Euer. Woher ist man auch zu mir gesaukt? Oh, nee, was bist du? Ich bist noch... Aralig! Ääääääää! Ääääää! Ääääää! Äääääää! Ääääääää! Ääääääääääää! Da steht sogar ein Zettel hier! Das ist Wasser, ja? Das ist voll in den Gesicht. Aber das habt ihr auch gefickt, gell? Ne, ich hab's uns gezeigt. Doch, ihr habt gefickt. Klar, 3er. Ah ja. Jetzt mach ja schon mal dein Hose von der Wand weg. Geh mal ins Fahrt. Hä? Servus. Nö, die verblöbelte hier alles. Mann. Das hat sich... Solche Schweine. Weißt du, mit Klebeband an unserer Badtür, ich hätte sie jetzt mal einen Pulli drüber gespalten. Mit Klebeband hätte sie so einen Türraber festgeklebt. Volle Sauerei. Boah, solche... Gell, das geht. Scheiße. Und hier geht das Video... Und hier merkt ihr gerade, dass das Scheißhaus zugeklebt ist. Oh Gott. Und noch zu guter Letzt, meine lieben Freunde von YouTube. Frohe Ostern. Hey Dinko! Hey Koi! Was geht jetzt ab bei dir? Auf, mit trinken Bier. Ich bin ja auch. 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 Schau mal das Oettinger zum Grußen unseres Volkes. Scheiß Bier schmeckt nicht. Na warte. Die Hose an der Wand. Wir haben uns voll die Mühe gegeben, wir haben sogar alles beschriftet. Schon klar. Lass mich wenigstens jetzt mal in Ruhe telefonieren machen das Video aus. Okay, ich mache das Video aus. Ich auch.